Ein herzliches Servus aus Haibach ab der Donau. Wir sind heute in Oberösterreich auf dem Feldtag der Humusbewegung, wo wir im Rahmen der Bodenrundreise 2021 sämtliche Systeme beschreiben wollen im Fokus der Bodenfruchtbarkeit, im Fokus von intelligenten Pflanzengesellschaften. Seid gespannt auf viele hochkarätige Referenten. Mein Name ist Hubert Stark und meine Aufgabe der Humusbewegung ist, schlussendlich zu koordinieren. Ich bin ein Mitbegründer der Humusbewegung, weil uns das Thema Humus schon seit Jahren immer wieder brennt unter den Nägeln und wir versuchen das auch in der Landwirtschaft zu etablieren. Das Ziel ist, möglichst stabile Erträge zu hauen mit einer hohen inneren Nährstoffdichte. Gesunde Lebensmittel, nur wenn wir einen gesunden Boden haben, dann bringen wir gesunde Lebensmittel. Das ist sozusagen das Ziel, das was wir verfolgen. Man hat ja in den letzten Jahrzehnte gesehen, dass die Landwirtschaft immer vor größeren Herausforderungen steht, zum einen klimatechnisch, zum anderen auch, dass die normalen Maßnahmen, die man bis jetzt gesetzt hat, dann doch immer nicht mehr ganz gegriffen haben. Die Erträge gehen, er zuckt auf und wird immer mehr. Und das ist der Grund, warum man sagt, okay wir brauchen umdenken und schlussendlich ist die Biodiversität bzw. auch die Biologie, den Blick dorthin zu richten, eins von den Schlüsselelementen, um dort sozusagen gegenzusteuern. Wir arbeiten ja sehr eng mit der DSV zusammen aus dem Grund, weil wir ganz einfach gemerkt haben, wir brauchen Spezialisten, die sich gut auskennen, die eine gute Forschung haben. Uns ist am Humusfeldtag wichtig, dass wir die Zusammenhänge den Landwirten vermitteln, dass wir die Zusammenhänge zwischen Bodenleben, zwischen Wurzeln und den Pflanzen greifbar machen. Wie schafft es der Landwirt Humus in der Praxis aufzubauen? Im Endeffekt fängt die erste Umstellung im Kopf an, also man muss einfach mal bestimmte Sachen, die man bisher gemacht hat, einfach hinterfragen, ob das wirklich so gut war. Der beste Punkt einzusteigen ist Zwischenfrüchte, vor allem diverse Zwischenfruchtmischungen in die Fruchtfolge zu integrieren und die Bearbeitung zu reduzieren. Also es gibt vier einfache Prinzipien, also eben den Boden weniger stören, Diversität schaffen, den Boden so lange wie es geht bedeckt halten und möglichst lange im Jahr eine lebende Wurzel im Boden zu haben. Ja, wir haben in der Landwirtschaft auf jeden Fall den Druck, dass die externen Nährstoff-Inputs ins System weniger werden. Aber wir haben für die Landwirtschaft selbst natürlich auch die Motivation, die Bodenpotenziale, was Nährstoffe betrifft, möglichst optimal auszunützen. Und ich glaube, dass es da durchaus Spielraum nach oben gibt, einen Boden aufzubauen und einen Boden in seinen natürlichen Ressourcen optimal zu nutzen. Und am Anfang steht da fraglos immer die Notwendigkeit, den Ist-Zustand des Bodens zu verstehen. Und da sind wir bei der Nährstoffanalyse. Es gibt eine Vielfalt von Ansätzen, die Nährstoffe im Boden zu analysieren, die Nährstoffe zu extrahieren. Alle Ansätze versuchen möglichst gut das nachzubauen, was die Pflanzenwurzel auch macht, um Nährstoffe aus dem Boden für ihre Aufnahme zu mobilisieren. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass der Landwirt versucht, möglichst viel vom Ist-Zustand seines Bodens zu verstehen. Ich glaube nicht, dass es hier ein optimales System gibt, einen optimalen Ansatz, alles versucht, die Pflanze nachzuspielen. Aber das Wichtige ist, dass der Landwirt einmal über eine Bodenanalyse, eine möglichst umfassende Bodenanalyse, die sowohl die Haupt- als auch die Mikronährstoffe umfasst, den Ist-Zustand seines Bodens zu verstehen. Das Zweite, und das ist ganz wichtig zu betonen, ist, das Vorhandensein eines Nährstoffvorrats im Boden heißt aber nicht notwendigerweise, dass die Pflanze in der Lage ist, diese Nährstoffe aufzunehmen. Pflanzenernährung heißt, Nährstoffvorrat im Boden und durch Wurzelung des Bodens. Nur ein gut durchwurzelter Boden und nur ein gut durchlüfteter und damit gut strukturierter Boden erlaubt der Pflanze auch alle potenziell verfügbaren Nährstoffe aus dem Bodenvorrat heraus herauszunehmen. Um Nährstoffe, und das betrifft mit Ausnahme des Nitrats, das mit dem Transpirationsstrom in die Pflanze fließt, eigentlich alle anderen Nährstoffe braucht die Pflanze Energie. Sie muss Nährstoffe aus dem Bodenvorrat gegen ein Konzentrationsgefälle in die Pflanze hineinpumpen. Und um diese Energie aufzubringen, braucht die Pflanze Luft. Sie muss durch die Atmung, durch die Wurzelatmung diese Energie aufbringen. Das heißt, eine gute Bodenstruktur ist Voraussetzung für eine gute Pflanzenernährung. Man muss auch sagen, dass die Pflanze sehr gut oder die Wurzel der Pflanze sehr gut in der Lage ist, auf den Nährstoffzustand des Bodens zu reagieren. Wir sollten die Pflanze nicht überversorgen. Wir sollten die Pflanze nicht wie ein kleines Kind mit zu viel externen Input füttern, weil sie hat einfach Potenzial, dass sie aufbauen kann, um die natürlichen Ressourcen aufzunehmen. Wenn sie sieht, dass ein Nährstoff im Mangel ist, dann ist sie in der Lage, Transporterproteine neu zu synthetisieren, hoch zu regulieren und damit den Nährstoff effizienter aufzunehmen. Wenn sie sieht, dass ein Nährstoff im Mangel ist, wenn sie das über die Wurzel fühlt, ist sie in der Lage, auch oft mit Hilfe der Bodenmikrobiologie, organische Substanzen, organische Säure in den Boden zu pumpen und Nährstoffe aus dem im Boden vorhandenen Vorrat heraus zu mobilisieren. Das heißt, wir sollten der Pflanze nicht ihr natürliches Potenzial nehmen, Nährstoffe, die im Boden vorhanden sind, aber vielleicht in schwer verfügbarer oder schwerer verfügbarer Form vorhanden sind, der Pflanze ihr Potenzial zu nehmen, diese Nährstoffe zu holen. Mit Hilfe der Mykorrhiza, mit Hilfe der Bodenmikroorganismen kann die Wurzel sehr gut den Nährstoffbedarf der Pflanze auch abdecken und die Pflanze kriegt tatsächlich auch mit, ob sie in diese Nährstoff mobilisierenden Potenziale investieren soll. Das Wurzelwachstum reagiert zum Beispiel extrem stark auf den Stickstoffernährungszustand der Pflanze. Wenn die Pflanze merkt, dass der Stickstoffzustand in den Blättern zu gering ist, dann synthetisiert sie Phytohormone, die der Wurzel signalisieren, sie soll in Längenwachstum investieren, um möglichst dem in Form des Nitrats mobilen Stickstoff nachzuwachsen. Wenn die Pflanze merkt, dass sie Phosphor unterversorgt ist, dann signalisiert sie den Wurzeln Seitenwurzeln zu bilden, sich fein zu verzweigen, genauso wie das die Lubine zum Beispiel macht. Die Lubine hat ganz enge, dichte Clusterwurzeln, das sind Seitenverzweigungen, mit denen sie riesige Vorräte an Phosphor, der eigentlich sehr schwer verfügbar ist, aus dem Boden herausholt. Die Pflanze hat die Fähigkeit, den Nährstoffvorrat im Boden mobil zu machen und aufzunehmen und wir sollten sie da nicht über eine Überversorgung mit externen Inputs davon abbringen. Das heißt, der Landwirt sollte zuerst den Ist-Zustand seines Bodens analysieren und dann sollte er schauen, wie kann er das pflanzliche Potenzial, das Potenzial der Wurzel, diese Nährstoffe herauszuholen, möglichst optimieren und da ist Bodenstrukturbildung und Mikroorganismenfütterung sicher ein wichtiger Bestandteil moderner Pflanzernährung. Wenn man also über intelligente Pflanzenkombinationen spricht, dann sprechen wir ja von Pflanzengesellschaften und Pflanzengesellschaften sind natürlich in der Lage, ein sehr breites Mikrobiom zu organisieren im Boden und das ist Grundvoraussetzung für das Gedeihen der nächsten Kultur. Das heißt, die nächste Kultur hat die Chance, in eine Biologie hineinzuwachsen, die der Kultur entspricht, beziehungsweise es sind Mikroben oder auch Pilze dort, die von dieser Kultur direkt genutzt werden können. Wir wissen heute, dass es eine hohe Pflanzenspezifik gibt, das heißt eine Artenspezifik, was dieses Mikrobiom angeht. Wir wissen aber auch, dass es eine Sortenspezifik gibt. Und da wir nicht genau vorher sagen können, wer braucht wen, sind solche intelligenten Pflanzenkombinationen natürlich sehr, sehr entscheidend. Vor allem je biodiverser sie sind, auch das sind Erkenntnisse, die wir heute gewonnen haben, insbesondere aus dem Catchy-Projekt im Rahmen von Bonarets, dass nicht nur das Mikrobiom sehr biodivers ist, sondern auch jede Pflanze andere Ansprüche an die Nährstoffdynamik im Boden hat, beziehungsweise unterschiedliche Nährstoffe aufnehmen kann, andere Wege gefunden hat, andere Bedarfe hat und wir nachher am Ende einen Nährstoffcocktail zur Verfügung haben, der dann geeignet ist, vom Prinzip her alle Kulturen zu ernähren, weil wir auch unterschiedliche Ansprüche unserer Hauptkulturen haben. Und das können solche intelligenten Pflanzenmischungen leisten. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Zwischenfrüchte zu etablieren. Wir kennen klassisch die Sommer-Zwischenfrüchte, wir kennen aber auch die Winter-Zwischenfrüchte oder auch die Kombination aus beidem. Beispiel ist diese Mais-Pro, wo wir also beides haben, winterhart und abfrierend. Es gibt aber auch eine weitere Möglichkeit, Zwischenfrüchte zu etablieren, das ist die Untersaat. Die Untersaat hat natürlich den Charme und den Vorteil, dass sie a preiswert ist, weil wir mit relativ wenig Saatgut klarkommen und dass man sie schon in der stehenden Kultur etablieren kann. Und es eignen sich, mit Abstrichen vielleicht bei der Zuckerrübe, alle unsere Ackerbaukulturen, die wir so kennen, bis hin zur Kartoffel, eignen sich für die Untersaaten. Und es gibt also auch Untersaaten, die man Beisaaten nennt. Das sind also keine klassischen Untersaaten, sondern die haben eher eine unterstützende Funktion für die Hauptkultur. Beispiel ist der Raps. Und ein weiterer großer Vorteil der Untersaat ist, dass ich eben nach der Ernte der Hauptkultur einen fertigen Bestand hat, der sofort wieder Photosyntheseleistungen bringt, Assimilate in den Boden pumpt, das Bodenleben belebt. Wir haben eine lange Bodenruhe. Ja, wenn zum Beispiel eine Sommerkultur dahinter herkommt, dann haben wir praktisch anderthalb Jahre und darüber hinaus sogar in einigen Kulturen Bodenruhe. Und Bodenruhe ist wichtig, um das Bodenleben wieder in Ordnung zu bringen, insbesondere unsere Pilze. Hier auf der Fläche geht es darum, das Thema Wassermanagement näher zu beleuchten. Das heißt, wir wollen gucken, wie hoch die Verdunstung, also in dem Fall hier auf der Schwarzbrache, die unnütze Verdunstung auf der Fläche wirklich ist. Und dafür haben wir dieses Gerät gebaut, den Schwitzomat 2000, der einfach zeigen soll, wie schnell eigentlich das Wasser nicht nur im Boden verloren ist, sondern auch aus der Region ausgetragen wird. Und das zeigen wir insofern, dass hier eine Plastikscheibe etabliert ist, an der das Wasser kondensiert und mit einer kleinen Röhre wird das Wasser aufgefangen. Und wenn man einmal guckt, dann sieht man hier das Wasser, was wir heute Morgen seit ca. 9 Uhr, steht dieser Test, eingefangen haben. Und das wäre das Wasser, was quasi durch Verdunstung in die Atmosphäre aufsteigen würde und dann aus der Region ausgetragen werden würde. Und genau das muss vermieden werden. Und wenn man sich das einmal genauer anguckt, dann versuchen wir das hier in diesem Versuch über eine Mulchschicht zu gewährleisten. Die Mulchschicht muss man sich vorstellen wie einen Deckel, der die Temperatur steuert. Und wir haben heute auf der Schicht, auf dieser Mulchschicht obendrauf eine Temperatur von über 60 Grad erreicht, während unter der Mulchschicht die Temperatur im Boden bei ca. 24 bis 25 Grad gelegen hat. Und das ist relativ gut und zeigt einfach, wie wichtig das Thema Temperatursteuerung ist. Und das aus folgenden Gründen. Je höher die Temperatur ansteigt, desto höher ist natürlich die Verdunstungsrate. Und wenn wir über eine Temperatur von ca. 35 bis 40 Grad kommen, stirbt das Bodenleben ab. Und das wiederum hat zur Folge, dass zum Beispiel die Bodenkrümel, die für die Infiltration von Wasser auf der Fläche sorgen oder aber auch natürlich das Wasser halten sollen, dass die ihre Funktion verlieren. Und es gibt mehrere negative Effekte oder Effekte, die es hier zu steuern gilt. Und das wäre zum einen das Dichtschlemmen der Fläche zu verhindern und natürlich den Erhalt der Bodenbiologie zu sichern. Und das erreichen wir, indem wir eben Mulchschichten aufbringen oder mit Pflanzengesellschaften, also einer klassischen Beisaat oder Untersaat versuchen, den Wind aus der Fläche hinauszutragen. Und wenn wir es schaffen, diese Effekte zu beeinflussen, dann sorgen wir dafür, dass der Regentropfen, der ja nun für die Restfeuchte im Boden verantwortlich ist, nicht mehr so schnell aus der Region herausgetragen wird. Und es gibt eine grobe Faustformel, wenn man über effektive Regentropfen spricht. Ein effektiver Regentropfen muss fünf bis sieben Mal in der Region verdunsten und wieder niederregnen. Und in den letzten trockenen Jahren war es eben so, dass wir diese fünf bis sieben Mal nicht erreicht haben, sondern dass wir bei circa zwei bis dreimal Abregnen gelegen haben. Und das sorgt natürlich für einen massiven Wassermangel auf der Fläche. Das heißt, die Kulturarten fangen an zu leiden. Und genau das wollen wir mit diversen Pflanzenbeständen oder asynchronen Pflanzenbeständen so gut wie möglich verhindern. Und wenn wir zusätzlich zu der Pflanzengesellschaft natürlich noch die Nährstoffdynamik betrachten, die natürlich auch einen massiven Einfluss auf die Bodenbiologie und das Bodengefüge hat, dann haben wir schon viel erreicht und für die Hauptkultur mit wenig Aufwand einen sehr, sehr hohen Effekt erzielt. Und was mindestens genauso wichtig ist wie der Effekt auf die Hauptkultur, ist natürlich auch die Systemdienstleistungen gegenüber der Gesellschaft. Also wenn man darstellen kann, dass wir in stadtnahen Gebieten oder verbauten Gebieten zum Beispiel die Infiltrationsrate von Wasser innerhalb der Böden steigern, dann ist das durchaus ein positiver Effekt, den man auch sehr, sehr gut darstellen kann. Wenn wir zusätzlich noch die Bodenbiologie fördern, dann hat das ebenfalls einen sehr, sehr positiven Effekt. Nicht nur, weil wir zum Beispiel die Nährstoffdynamik der Hauptkultur verbessern, sondern weil wir auch dafür sorgen, dass wir gesunde Nahrungsmittel produzieren. Und das, denke ich, sollte das Ziel von allen sein. Und dazu bietet eben dieser Test einen sehr, sehr schönen Auftakt, um bildlich darzustellen, was so in der Fläche an Funktionen hervortritt oder in Kraft tritt und wie man diese vermeiden kann. Heute wurde im Rahmen der Bodenrundreise 2021 ein sehr, sehr wichtiges Etappenziel erreicht. Wir sind auf dem Feldtag der Humusbewegung gewesen und durften diesen von Anfang bis Ende begleiten. Und was mich persönlich sehr freut, ist das extrem hohe Interesse der Landwirtschaft rund um die Themen Bodenfruchtbarkeit, immergrüne Fruchtfolgen. Und mich freut es sehr, dass die Landwirte mit aktiven Fragen und mit wirklichem Mitmachen diesen Feldtag mitgestaltet haben. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank für das Interesse.